Es geht hier! Ich gib sie her! Sie haben mich nicht reingelassen! Kann auch nicht sein! Mich haben Sie nicht reingelassen! Was muss ich nicht machen? Was muss ich nicht machen? Mann! Ich lasse die Sympathies bei den reichen Schlöseln zum Affen machen lassen! Mann! Sie haben mich nicht reingelassen! Gut! Das denke ich auch! Weißt du was? Ich treffe sie bald! Deine Tochter? Stell dir mal vor, mit fast 40 komme ich zu einer 8-jährigen Tochter! Das ist doch völlig verrückt, oder? Und? Bist du nervös? Ja klar! Ich hab doch gar keine Ahnung von 8-jährigen Mädchen! Aber vielleicht ist es ja ein Ding des Schicksals, dass ich mein Leben nochmal komplett umkrempeln soll! Ich wieder Firma wieder platt! Mit zum nächsten Mal! Geht mir nicht los, ich hab glücklich! Ich bin schon mal Dice. Die Überraschung von сегодня! Die Überraschung von dem Yenolung wie Franz? Das ist ja, Dice, Dice! Oh! 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 Bis zum nächsten Mal.